So, herzlich willkommen zurück zu meinem Final Doom Plutonia Let's Play und wir gehen jetzt in Level 27 namens Antiquest. Ey. Blitzken. Oh Gott. Was geht denn hier bitte ab? Ah. Fuck. Aber hier fühle ich mich sicher in der Ecke. Das Self-Pack, das ist praktisch. Stopp. Daran stoppen die Lost Souls nämlich wieder. So. 27. Fuckler. Oh, sterb doch bitte mal. So. So. Hier. Besser. Da. Oh. Da fliegt was auf mich zu. Das sollte man ausweichen, wenn man das sieht. So. Wäre halt nur so mal so eine Idee. Ja. Den erreiche ich subie. Den natürlich nicht. Aber vielleicht kann ich da eine Rakete inballern. beeindruckt, den ich mal. Hier sie kürzt drei Stück. Wie wir schon 48 Motze gekillt haben. Ey, das ist. Dann habe ich ja schon fast 50% ausgeräumt. Wenn ich das hier richtig sehe. dann kommen ja. Das ist ja so. Okay. Komm. 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 Ich gebe euch immer was Gutes zu essen, das müsst ihr doch wissen. Richtige... Ah, da! So, ich kann mal mitnehmen. Ja, richtige... Na, äh... Nahrung falsch. Irgendwas habe ich da getroffen. Ja, die spinnen da drin. Perfekt. Das klappt ja recht souverän hier alles, müsste ich sagen. Ach, was willst du denn jetzt bitte? Du hast hier gar nichts zu melden. So. Öhm... Das ist... Was ist hier los? Sie hat mich zu viel abgezogen, wisst ihr das? Ja? Boah... Gänge, nerven da oben. Das muss man ja mal zugeben, ne? So. da schon wieder runter her hätte ich ja wohl so gerne ich misse land schießen wenn ein gegner da steht das wirft so oh gott was ist das denn das war ein secret interessant dass das ein secret reicht ich erkenne den secret punkt nicht aber ok ach du kacke lass mich doch in ruhe mein gott ich werd hier gestresst das ist nicht fair hier gott ist hier irgendwas was auch noch secret mäßig ist nö sieht eher schlecht aus ok lalala da ist noch ein shangunner erledigen wir mal besser der könnte irgendwann schwirrend sein ah irgendwo ist hier noch ein secret oh das war ein anschlag eindeutig hier der schwirchen da ah den da weg damit ah jetzt bin ich wieder gottes willen ist das ein level so ey ich hab doch da eben schon mal hingeschossen oder ach so ist das also oh ich hab den geraten gerochen ich würd schon sagen irgendwas stimmt doch gar nicht dann wirds Zeit dass ich den archival finde denke ich oh gelber schuss mein gott das geht mir alles viel zu schnell hier im odess kommt mal mit hier weg hier oh weg hier oh goTHESWILLEN sag mal hab ich die irgendeiner weise schaden gemacht oder na gut dafür ist 3 auf einmal Schwerst du bitte mal? Dankeschön Na, Gottes Willen, nein Das darf doch nicht wahr sein Ich hab natürlich Ich hasse So, kommst du denn jetzt? Oh Ich hasse Wollte er nicht runter Naja, dafür kann ich jetzt alles nachholen, was ich eben vermisst habe So Na ja, da war genau der Stop Aha Den Dank auch Biest Marsha Invisibilität Ja, da war ich nicht mehr Auch ein Quirky Bell Ne Das muss gehen, komm Aber was würde mir das bringen, wahrscheinlich eh nix Wenn man da rauf ist, ne? Wenn man da rüber geht Was hab ich dann? Haha, dann spähe ich mich aus, ist auch gut Hey, hier hat das irgendwie nicht so viel wert, glaub ich Wenn hier rum geistert Was passiert, wenn ich da rauf gehe Dann lande ich wieder hier Vielleicht muss ich mich hier runter Irgendein Grund muss es doch haben, dass ich jetzt diesen Anzug habe Oha, das ist eine Riesenspinne Aber was hab ich davon, jetzt hier rumlaufen zu können? Wer ist dafür verantwortlich? Wo ist der? Ich will sofort den Übeltäter dafür haben Wer macht das? Was ist der Übeltäter? Ich will ihn sofort sehen Wer ist dafür verantwortlich? Nicht schon wieder da runter Geht doch da einfach mal auf den Teleporter rauf Da tut auch mal Zeit So Ach, die Spinne Undankbare Spinne Bin ich nu Das ist die Kleine Die Snipen wir auch mal bitte Dem Raketenwerfer aus Hier, ne? Die Spinne lebt ja immer noch Oha, ihr hebt ja auch immer noch Was ist denn das? Das ist das Das ist das Sag mal Was kriegt mir das? Können die kein Schatten? Ey Komm Hat echt kein Schaden Irgendwie Erzähl Komisch, dass es mir so geht Naja gut Von mir aus Ach komm Wer war das jetzt schon wieder Hä? Ach der Ja, der Wo ist dieser Scheiß Ach Der stört mich ein bisschen Muss ich ja zugeben Wo ist der? Der stört halt echt Wo ist der Scheiß Ach ich will fliegen Jawohl Ach Fick mich Okay Back here Ach Gott Kiste Piste OCH NEee Da stresst der scheiß Schengener Na schon wieder ey Und nicht Jetzt Wie So, weg hier, weg hier. So, jetzt gehe ich hier hin. Hier habe ich mehr meine Ruhe, glaube ich. So. Letzte. Keine Limite, muss weg. So. Ach, der legt ja immer noch. Oh, den ist mit der Wisch sauber. Und weg mit hier. So. Gut. Ich hoffe, ich finde das letzte Sieg. Ich habe jetzt endlich keine Lust, das Level lange noch zu suchen irgendwie. Das ist mir ein bisschen zu schädigend. Besser. Gut. Sehr viel besser. So. Okay. 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 Beschäftigung damit, da. Du baust. title Okay. Es ist kacke, dass ich den da nicht töten kann, weil dieser Schuss-Archwall noch lebt, ey. Ne, das geht so nicht. Wo ist dieses blöde Archwall-Vier? Echt. Das geht echt auf Nüsse. So, jetzt gehst du. Mann. So, ein Scheiß, echt. Hm. Och, komm. Das ist so... Ich kann es gar nicht Worte ausdrücken, wie Scheiß das ist. Ach, schweil. Zeig dich, du. Och, du. Eelner. Ach Gott, zeig dich, ey. Ich hör den nicht. Ich find den bloß nicht. Hä? Nicht irgendwo eine Tomate gehört? Das ist ein Viecher da oben. Aber gibt's das, was man mit diesem Scheiß-Archwall nicht findet, ey. Wach, da ist der schon wieder. Aber so kann ich vielleicht den Kampf auslösen. Ohne von diesem Sack-Sack beschossen zu werden. So. Jawoll. Ich will den Archwall, sonst bin ich nicht zufrieden. Ist das Missstück. Das wär auch wirklich schön, wenn ich jetzt mal... Dieser Scheiß-Archwall. Das ist die Motivfähigkeit. So. Jetzt hab ich das mitgenommen, ja. Scheint aber mir keinerlei Vorteil zu bringen. Mensch, wo sitzt der? Das muss doch möglich sein, rauszukriegen. Das ist echt... Wo sitzt das Miststück? Wahrscheinlich so auch nicht rauskriegen. Oh, ey. Im Kotzen. Im Ernst? Wo ist das Miststück? Hier gleich noch. Was war das denn schon wieder? Hier kann ich euch aber von hier abknallen. Ach. Ja. Ist halt doof, weil ich will wirklich wissen, wo der... Ah, ich weiß viel, sonst hab ich hier irgendwie gar keinen Bock hier weiterzumachen. Das ist scheiße mit dem da. Jetzt hab ich dich, Freundin. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Scheißegal, ey. Ich hab natürlich den Anzug schon eingesammelt. Das ist natürlich auch das Blöde daran. Aber jetzt hab ich dich. So. So. So fasse ich denn da wieder mit meinem Arsch nicht durch. Doch echt der Flucht hier hinter. Zucker. Der... Er... Boah. Sag mal. Den erreicht man nicht, ne? Das ist einfach unglaublich. Echt. Da wäre noch Unteruntergehalt Ich hasse es langsam Man kann ja nicht mal reinschießen irgendwie Das ist doch Ich will das jetzt wissen ey Ich mach mir aber eben kurz Ich will das jetzt verdammt noch mal wissen Wo dieses verdammte Drecks hier ist Guck mal da eigentlich noch hin Das ist bestimmt das letzte Secret Ich will jetzt wissen Wo dieser Scheißarchie ist ernsthaft Und bin ich hier noch 5 Jahre an dem Scheiß So Jetzt hab ich mich natürlich auch noch wunderbar verirrt Hier Aaaaaah Ach komm Was ist denn das heute Da drin Das könnte Geht doch Das krampft noch mal nicht ernst mal Das heißt man hat quasi Keine Chance den zu töten Sehe ich das richtig Oh fuck Okay Eine Idee hab ich jetzt noch Moment Wenn es einfach hartnäckig ist Und jetzt vielleicht durch Umgebungsschaden stirbt Glaube ich aber nicht Der ist viel zu weit unten Den kann ich gar nicht Das ist nervig Okay Wir wissen den können wir nicht töten Supi Dann muss ich das anders machen Ich mag das Level In der Hinsicht gerade nicht so Das ist irgendwie Ich weiß auch nicht Das ist nicht scheiße Ehrlich gesagt Naja gut Okay Das ist ätzend Vor allem die Tatsache Dass man dadurch Keiner der Schmerz hat 100% Fehl zu kriegen Ist natürlich auch witzig So Du ist besser Komm jetzt raus da Dass du wenigstens stirbst So Okay So Ganz ruhig bleiben Wir müssen damit leben Dass das so beschissen ist So Okay Jetzt kann ich das noch tun Das ist gar nicht Wo muss ich jetzt überhaupt hin So Da unten waren auch Das und Verrundbarkeit Dinge Ne Ah So Komm ich da hinten rauf Moment Also So Ich hab jetzt Was ist denn das da noch Wo ist das Lieber ist das da noch Das ist ja im grunde genommen nicht schlecht Aber okay Aber okay Ich weiß nicht wie ich die Idee finden soll Ich finde sie ziemlich mies Aber hey Das ist halt so ne Was kann man da machen Oh was ist da jetzt Cool Ach Nicht im ernst Okay Willst du mir also sagen Das hätte man Also sich einfacher machen können Ja okay So wo ist jetzt dieses andere Blöde Gehuse Wo da so viel Zeug noch drauf lag Das wird mich auch das letzte Secret sein Wie komm ich da hin Natürlich die Verrundbarkeit Natürlich auch nicht mehr da So was ich da unten Schaden nehme Aber ich weiß dass da noch ein Bissek weg ist Also ist das egal Aber Wo war das Gehuse mit dem vielen Zeug drauf Ach komm schon Da Da ist aber noch Amor Ich weiß nicht wie ich das irgendwie von diesem Ding aus Geht Und das ist da drauf Ja Gut Ach ja Nerv So Gut Also da hinten drauf Oder Weiß ich schon wieder nicht Ah doch Jetzt kriege ich es Okay Das war auch ein Teleporter Irgendwie Das ist ganz am Anfang Irgendwie Ja Jetzt Jetzt müsste man natürlich noch treffen Ne Das wäre natürlich Voll cool Wenn man jetzt noch treffen würde Ja Das ist auch das beste Secret So Gut Gut Okay Zwei Gegnerläden noch Was ist denn der Ach ja der Schenken und der Ja logisch So Jetzt Jetzt speichern wir den Dreck Und jetzt gehen wir mal ganz schnell zum Exit Und das Muss jetzt beendet werden Das doofe Ding Wie komme ich jetzt auf den schnellsten Wege hier raus aus dem Saftladen Huh Hier ist noch ein Healthpack Komm mal mit So Jetzt lasse ich mich bloß endlich hier raus aus dem Saftladen von Level Das gestaltet sich als schwerer als erhofft Ja Ich will doch einfach nur endlich raus Na ja Wo komme ich denn hier raus aus dem Saftladen von Level Wo komme ich denn hier raus jetzt verdammt So 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 Was nu Lass mich doch endlich hier raus aus diesem Dreck So Ich steck mich im Arsch Nein Ich bin gar nicht Überhaupt nicht Ich bin hier nur raus Das ist alles So Nein Ganz ruhig bleibe Ganz ruhig bleibe Nicht Ich bin da dran Ich bin so richtig ätzend Dass ich den nicht hörten kann Was muss ich zur Hölle nochmal tun Dass ich jetzt rauskomme Ey Mua Okay So Ist das denn so schwer ein Level zu verlassen Mensch Wenn dieses Miststück nicht wär Wo komme ich jetzt raus aus dem Saftladen Bitte sagt es mir endlich Das kann doch nicht so schwer sein Verdammte Hölle nochmal Ja ja Lass mich in Ruhe Du Pernat Bessen Teleporter auf einmal War da jetzt schon Mörder Ah ne Das ist ja von einer Seite So Dann sagt mir's Bitte Wie ich endlich Auch dieses Dreck Die Level Verlassen kann Aha Das wäre So schön Wenn diese Eine wirklich Nach der Dreck Seht ihr nicht mehr Gut Jetzt versuchen Das effizienter hinzukriegen Dann muss ich jetzt an dieses Drecksvieh vorbei ne Ich glaub ich hätte hier gar nicht reingemusst Das ist das Schlimme So was hab ich hier Hier bin ich noch Woher hinten anders Wenn ich verzichte gerne auf die Raketen Wenn ich dann dieses Das olle Missvieh verlassen kann Oh ja Heilige Maria Ja ich verzichte freiwillig auf die Raketen Aber Halleluja Eine Schweinerei Dass man die nicht töten kann Aber das lass ich mir nicht nehmen Das lass ich mir nicht nehmen Meine Rache kommt Glaubt mal Meine Superbombe Kommt zum Einsatz Oh Es war mir eine Ehre Oh Ciao Ja Nix hat mehr Spaß gemacht Als die Superbombe einzusetzen Haha Die Kill Monsters Bombe Die Bombe mit dem Auf Mit der Aufschrift Kill Monsters Ne Die hab ich jetzt gezündet Ja Die ist effektiv Da könnt auch ihr nicht Gegen Nein sagen Haha Oh Das kann einem ja richtig Boah Er versucht die ganze Zeit Diesen gottverdammten Archweil zu finden Aber ist der da Boah Die Idee ist so hinterhältig Da kann man ja so richtig So Arrr Weil da tinkt der auch so Verdammt mies da sitzt Ne Leck mich am Arsch Alter Man hat zu meinen innerlichen Zorn gehört Ich glaube Ich glaube das hat man vernommen Ja doch Arrrr Aber das Level war gut Das war das Level auf jeden Fall Aber Boah Diese Idee Die ist echt zum Mäuse melken Er könnte Die macht einen so ein bisschen Määh Ja Egal Wir haben jetzt das Level geschafft Ich bin Vielleicht da drüber Zum Glück Zum Glück habe ich damit Schieds nachgeguckt Weil sonst hätte ich das ja nie rausgefunden Dass das so ist Sonst hätte ich mir wahrscheinlich nur Über eine Stunde nachgeguckt Wo dieser blöde Archwelle steckt Und ich wollte das jetzt endlich wissen Ja Wie auch immer Wir haben das Level jetzt geschafft So Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Und Sag ich bis zum nächsten Mal Mit Level 28 Bye bye